Heute habe ich mich in meiner Mittagspause mal selbst behandelt, und zwar am Bauch. Der Sommer kommt, let's go! Ich habe eine M-Skype-Behandlung gemacht. Das ist ein Verfahren zum Muskelaufbau und zur Fettzellreduktion, was man am Bauch und am Po anwenden kann. Hier macht man vier Sitzungen a 30 Minuten innerhalb von zwei Wochen. Das Magnetfeld bringt die Muskulatur, wie man hier sieht, zu sehr starken Muskelkontraktionen, sodass sich die Muskulatur in 30 Minuten 20.000 Mal kontrahiert und ich bin am Kämpfen. So schlimm ist es nicht, man gewöhnt sich dran, aber schon sehr intensiv. Das Endergebnis dauert noch ein paar Wochen, aber Sixpack ist schon fast da.